Michael Und 100% Halten Bisschen höher gehen und nochmal tiefer jetzt, tief, tief, tief Jawoll und jetzt geht es langsam höher, noch ein Stück höher Noch ein Stück höher, nochmal 3 cm Nochmal 3 cm Weiter, nochmal höher, Körperspannung, langsam höher gehen, einfach ganz egal Langsam höher gehen, immer weiter höher gehen Nochmal höher gehen, nochmal höher gehen Nochmal höher, Symmetrie und ein bisschen rechts auf der Bremse Genau, weniger wieder, weniger wieder und jetzt wieder mehr Bremse Und jetzt öffnest du den Verhänger mal mit kräftig reinpuppen Oder der Stabilo-Leine Jawoll Und dann geht es Richtung Landpettler Und da oben Klappe, Spannung, Füße anziehen, halber Schlag, schau nach oben, 90% Bremse, da ist die Nabe, Fußabend, hoch, tief und höher gehen zum Karabiner, noch ein Stück höher, noch ein Stückchen, 3-4 cm höher, 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 noch höher, geh rauf, ein Stück, bleib so, und du hast ihn gebändigt, genieß den Flyweg, jetzt gehen wir nochmal langsam 2 cm höher, und jetzt leiten wir aus, ganz hoch die Hände, noch mal tiefer, abfangen, links ein bisschen auf der Bremse, lass die Hände oben. Nein, das ist ein Stück höher, ein Stück höher, Schau nach oben, aus dem Achse, hier ist keine ...